Liebe Kunden und Geschäftspartner, ich danke Ihnen sehr herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche Ihnen schöne Feiertage und ein glückliches und gesundes Jahr 2022. Ihr Matthias Ernst Holzmann Dear Customers and Business Partners, Thank you very much for your trusting cooperation. I wish you a Merry Christmas and a happy and healthy 2022. Best wishes Matthias Ernst Holzmann